Medizin in fünf Minuten. Willkommen zur nächsten Episode. Das Thema heute Demenzen. Demenzen. Ich würde vorschlagen, dass wir heute als Einstiegsklip uns zunächst einmal die allgemeinen Grundlagen der Demenzen anschauen, sozusagen die allgemeinen Prinzipien hier zunächst einmal kennenlernen und wir sollten dann in späteren Clips nochmal die einzelnen spezifischen Demenzformen uns wirklich separat nochmal anschauen, weil sonst wird das Ganze einfach zu gewaltig. Also allgemeiner Einstieg in die Demenzen. Die Zeit läuft. Wir starten mit der Definition. Demenzen gehen einher mit einem fortschreitenden Abbau von Hirngewebe und einer zunehmenden Störung höherer Hirnfunktionen, sprich kognitiver Leistungen. In Deutschland sind etwa 1,6 Millionen Menschen betroffen, Prävalenz steigend. Bei den Demenzen kann zwischen den primären und sekundären Formen beziehungsweise Demenzsyndromen unterschieden werden. Die primären Formen, die Demenzen im engeren Sinne, beinhalten die neurodegenerativen und vaskulären Demenzen. Die sekundären Demenzsyndrome werden durch außerhalb des Gehirns liegende Einflüsse hervorgerufen. Das können sein schwere infektiöse, toxische, metabolische oder traumatische Krankheitsprozesse. Wir wollen uns hier an dieser Stelle auf die primären Demenzsyndrome und somit auf die Demenzen im engeren Sinne fokussieren. Es dominieren hier wiederum die neurodegenerativen Formen. Auf sie entfallen über 80 Prozent der Verläufe. Nun was ganz Zentrales. In der Pathogenese der neurodegenerativen Demenzen spielen abnorme Ablagerungen von krankhaft veränderten Proteinen eine zentrale Rolle. Die krankhaften Veränderungen erfolgen vielfach durch eine veränderte Faltung der Proteine. Faltung meint Prozesse, durch die sich eine abweichende, räumliche Struktur des Proteins ergibt. Fehlgefaltete Eiweiße neigen zur Aggregation, zur Verklumpung und können vom Körper schlechter oder gar nicht abgebaut werden. Um welche Proteine handelt es sich? Erstens das Alpha-Synuklein. Pathologisch verändertes Alpha-Synuklein ist unter anderem der Hauptbestandteil der sogenannten Lewy-Körper. Diese treten als Ablagerung bei der Parkinson-Krankheit und eher verwandter Demenzen auf. Zweitens das Amyloid-Beta. Das Amyloid-Beta ist ein Eiweiß, das durch enzymatische Spaltung eines viel größeren Proteins entsteht. Das Protein, das dabei gespalten wird, das Amyloid-Precursor-Protein oder APP genannt, ist in der Membran von Nervenzellen zu finden. Zur Spaltung dieses APP kommen vor allem Enzyme zum Einsatz, die das APP so spalten, dass wasserlösliche, nicht-toxische Fragmente resultieren. Es können aber leider auch Enzymkombinationen zum Einsatz kommen, die an anderer Stelle das APP schneiden und so andere Fragmente entstehen lassen. So entsteht unter anderem auch das Amyloid-Beta. Dieses Amyloid-Beta neigt leider zur Akkumulation. Das heißt, es bildet immer größere Ansammlungen, die als Amyloid-Plugs am Ende imponieren. Typisch vor allem für die Alzheimer-Demenz, aber nicht nur. Teilweise zeigen auch andere Demenzen diese Amyloide-Plug-Ablagerung. Wir kommen zum Protein Nummer 3, das Tau-Protein. Dieses stabilisiert in gesunden Nervenzellen Zellen Strukturen des Zellskeletts. Unter pathologischen Umständen neigt auch dieses Protein zur Aggregation und Verklumpung und es wird so funktionsuntüchtig. Am Ende lagert es sich in Form von Neurofibrillen in der Nervenzelle ab und führt so zum Zelltod. Zu beobachten vor allem bei der Alzheimer-Demenz, aber auch nicht nur. Auch hier gibt es andere Demenzen, die dieses aufzeigen können. Die nächsten beiden Proteine tragen sehr komplizierte Namen, weshalb sie üblicherweise mit der Abkürzung beschrieben werden. FUS und TDP43. In gesunden Zellen gelangen beide Proteine in den Zellkern, wo sie das Ablesen des Erbguts vielfältig steuern und beeinflussen. Im Rahmen der frontotemporalen Demenz, übrigens der Morbus-Pic ist der bekannteste Vertreter dieser frontotemporalen Demenz, hier verändern sich diese Proteine, gelangen nicht mehr in den Zellkern und lagern sich im Zytoplasma an, wo sie zellschädigend wirken. Die Prionen, mit denen geht es weiter. Proteine, die in ihrer krankhaften Variante ebenfalls eine veränderte Faltung aufweisen. Die fehlgeformten Pionen können oder kann der Körper nicht abbauen. Sie lagern sich in unlöslicher Form im Gehirn ab und schädigen das Hirngewebe, indem sie normal gefaltete Pionen in fehlgefaltete und dadurch krankmachende Prionen umformen. Dieser Mechanismus findet sich bei der Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung. Wir beenden die Übersicht mit dem Huntingtin, einem Protein, das sich im Rahmen der Korea Huntington pathologisch verändert zeigt. Zum Ende sei erwähnt, dass zunehmend auch Entzündungsprozesse, somit die Neuroinflammation als wichtiges Element der Pathogenese von Demenzen zeigen oder als solche angesehen werden. Typischerweise beginnen die pathologischen Veränderungen auf zellulärer Ebene schon Jahre bis Jahrzehnte, bevor die ersten klinischen Symptome auftreten. In dieser sogenannten Protomalphase findet eine erfolgreiche Kompensation ausgefallener Systeme durch funktionell verwandte Einheiten statt. Alles Wichtige ist gesagt. Wo wir gerade über Demenzen sprechen, bitte nicht vergessen, hier gibt es noch weitere Themen. Hier können Sie uns abonnieren und werden informiert, wenn wir wieder neue Clips gemacht haben. Und unten im Text weitere Infos zu unseren Online-Vorlesungen.